Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah Hallo kleine Maus, ich liebe Mäuse, aber keine Tiere. Ha ha ha, verstehst du mich? Ich meine Kröten. Ha 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 ha, ach du verstehst nicht, was ich meine. Damit ist Geld gemeint. Okay, ich sollte aufhören mit Tieren zu sprechen. Was könnte ich heute anrichten? Hm, die Polizei hat sich ja vergessen mich zu suchen. Ha ha ha, oh wow, was ist das für ein Hammerauto. Das ist ja ein Porsche. Den nehme ich jetzt einfach mit und überrasche meinen Kumpel damit. Oh, 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 wen haben wir denn da? Am helligsten Tag. Der ist ja echt dumm. Wagen 101, ich brauche Schnellverstärkung. Verbrecher identifiziert. Standort gespeichert. Ich schicke sofort Verstärkung. Was ist denn mit dem los? Hey, weg da! Oh nein, was ist mit meinem Auto? Entschuldigung, Entschuldigung, ich hab es sicher gleich. Los geht's, Subeir. Wir fassen ihn endlich. Oh nein, es ist eine Falle. Wir haben Sie umzingelt. Steigen Sie mit erhobenen Händen aus dem Auto aus. Mann, jetzt haben Sie mich schon wieder. Schon gut, ich komme schon raus. Mach ja keine Dummheiten. Wir sind alle bewaffnet. Bitte nicht schießen, ich habe keine Waffe. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen wird... Bla, 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 das weiß ich schon alles. Das sollte endlich ein Zeichen sein, mit dem Verbrechen aufzuhören. Komm mit, jetzt geht's wieder in deine Zelle. Gut gemacht. Danke, Chef. Assalamu alaikum, liebe PlayMuslim-Fans. Habt ihr gesehen? Verbrechen sind nur für dumme Menschen. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst ein Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr Polizeifolgen sehen wollt, dann kommentiert in der Kommentarbox. Bis zum nächsten Mal in Schanler. Salamu alaikum! Salamu alaikum! Salamu alaikum! Vielen Dank.